I just walked in to file you're here With that sad look upon your face I should've changed that stupid part I should've made you leave your key If I'd known God just one save Your choice, you're right to follow me Hey! Also gut, Feierabend. Mädels, das ist hier ein Puff und kein Tanz hier, Alter. Ihr sollt die Leute nicht zum Nachdenken anregen, sondern zum Wumsen, klar? Also, sagt der Arzt zu dem Mann, sie haben zwei verschiedene Hoden. Ah ja. Einer ist aus Holz, einer aus Metall. Und der Mann schaut den Arzt verwundet an. Und der Arzt weiß auch nicht so richtig, was er sagen soll. Na, warte mal, sagt er zum Mann, haben Sie Kinder? Sagt der Mann, ja, zwei. Pinocchio ist drei und der Terminator wird sieben. Wie, das war jetzt? Ja, verdammt! Wer ist Pinocchio? Pinocchio ist eine Marionette, eine Holzpuppe und der Terminator ist aus Metall. Versteh ich nicht, dann wisst du. Ja, weil du nie richtig zuhörst. Hab ich gut zugehört? Nein, tust du nicht. Ich muss dir jeden Wies dreimal erklären und dann kapierst du ihn noch nicht. Hab ich gut verstanden, deine Scheiße. Terminator, Terminator ist eine Maschine. Die ist aus Metall. So, aber warum ist ein Kind eine Marionette, hä? So, jetzt reicht's. Rotverdomme! Ich erzähl dir nie mehr einen Gottverdammten Witz. Okay, wir fahren die Kiste zu Curtis, stellt sie da auf den Hof, gebt ihm die Scheißschlüssel und verpisst euch wieder. Alles klar. Nichts ist klar. Fahren heißt, ihr werdet nicht einmal anhalten. Aber wenn wir pissen müssen, dann. Wenn ihr pissen müsst, geht einer von euch Komikern pissen und der andere bleibt im Wagen. Ihr lasst den Wagen nie unbeobachtet. Klar? Klar, boh, ist alles klar. Hallo? Ist das angekommen, Abdul? Der ist angekommen. Ist alles klar, boh, ist alles klar. Okay. Henk, machen wir ein Schipil. Werfen wir fünf Magstück in die Luft? Wenn das alles oben da fahrt, ist die Autowind. Abdul! Henk fährt den Wagen als Erster. Könnt ja irgendwann mal tauschen. Aber jetzt fährt Henk. Hörst du mal Henk? Henk fahr aus. Biesel Henk macht das Biesel Henk. Biesel Henk macht das Biesel. Schön. Mach das Biesel. Dann kannst du gleich sporten, bis ich eingestiegen bin, oder was? Vorsicht, die Idioten! Verdammte Scheiße. Ja. Was ich immer sage, Vorsorgeuntersuchung. Wo ist es hier? Schneiden Sie es raus. Das können wir machen. Was soll das heißen, das können wir machen? Das heißt, dass du Tumor unter dem Kopf, Junge, dass der schon sehr groß ist. Er wächst immer weiter und drückt aufs Gehirn, was gar nicht gut ist. Du kommst so spät. Wie viel Zeit habe ich noch? Jeder Tag zählt. Mein Vater ist auch an Knochenkrebs gestorben. Sie haben ihm nach und nach alles amputiert, aber es hat nichts genutzt. Er ist trotzdem gestorben. Wie lange ist das jetzt her, Herr Wollitzer? 20 Jahre? Wir sind heute in der Medizin wesentlich weiter als noch vor 20 Jahren. Mit den Technologien vielleicht. Aber gegen Krebs oder Aids habt ihr immer noch nichts. Und es wird immer eine Krankheit geben, die wir nicht heilen können. Das ist richtig. Ich kann verstehen, dass Sie beunruhigt sind. Beunruhigt. Wissen Sie, es ist nur die Tatsache, dass der Tod eine sehr unangenehme Form von Leben ist. Ja, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Oh nein. Sie können hier nicht machen, was Sie wollen, Herr Bresst. Das ist ein Krankenhaus und kein Vergnügungsheim. Herr Wollitzer, das ist Ihr Bett. Ihre Sachen können Sie da drüben in den Schrank hängen. Herr Dr. Wortmann schaut heute Abend noch mal bei Ihnen vorbei. Gehen Sie, ruhen Sie sich aus. Dankeschön. Keine Sorge, das mit den Zigaretten wird der Arzt erfahren. Und dann gibt es eine Menge Ärger. Schwester, könnten Sie mir einen Blasen- oder Nierentee bringen? Rutsch rüber, fahre ich weiter. Was soll das? Was meinst du, was soll das? Das hat Franky gesagt, wir sollen tauschen, wenn wir fahren, also tauschen wir also. Himmel, Herrgott, noch mal. Wir haben nicht mal die Hälfte von der Strecke hinter uns. Alla, rutsch rüber, da soll ich jetzt dein Gehirn pusten, oder was? Gott verdammt. Henk, warum muss ich immer rasten, warum? Ausrasten. Ist eine Automatik. Du musst auf D schalten. Ich weiß. Auf D schalten. Ich weiß. Außerdem heißt es, das Gehirn wegpusten oder rauspusten, nicht einfach pusten. Ich weiß. Was ist los? Hey, ich wollte nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Ob alles in Ordnung ist? Du lagst da wie tot, deswegen habe ich nachgesehen. Oder glaubst du, ich will hier mit dem Toten auf dem Zimmer liegen? Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Na, das ist doch schön für dich. Ich habe einen Tumor im Kopf, der ist so groß wie ein Tennisball. Wenn ich Glück habe, habe ich noch ein paar Tage. Das haben sie dir gesagt? Das haben sie dir gesagt? Ich habe Krebs. Knochenkrebs. Das muss die Abnippelabteilung sein hier. So eine Art Besenkammer. Vielleicht hätten wir einfach mal jemanden fragen sollen. Ja klar, Schwester. Hätten Sie mal ein bisschen Salz und Zitronen? Wir wollen uns mit der Glier die Kante geben. Salz. Bingo. Na toll, Abdu. Prima. Da vorne war rot. Ich weiß. Wenn da nur ein Kratzer am Wagen ist, bringt Frankie uns um. Ihr seid doch wohl völlig bescheuert. Wo kommst du her? Ihr habt mich umgefahren, ihr Penner. Ah, mein Bein. Hast du einen Schmerz? Tut dir weh? Ja, Achmed. Aber dir ist nichts passiert. Bist du ein scheiß Arzt, oder was? Komm, Junge. Ist doch alles okay. Müsst du eine Banane? Okay. Ich möchte, dass sie mich ins Krankenhaus fährt. Und zwar mit dem Wagen, Wichser. Junge, dieser Auto hat nur ein, zwei Sitze. Dann geh in den Kofferraum. Du kannst doch eh nicht fahren. Rauchen. Rauchen hilft. Rauchen? Oh, nee. Rauchen gefährdet auch die Gesundheit. Habe ich Lungenkrebs? Habe ich Lungenkrebs? Pfff. Nee. Du stehst am Strand und schmeckst den salzigen Geruch des Windes, der über das Meer kommt. Im Bauch das warme Gefühl kranzloser Freiheit. Und auf deinen Lippen den bitteren, tränen durchtränkten Kuss deiner Geliebten. Ich war noch nie am Meer. Das ist doch jetzt nicht wahr. Du warst noch niemals einmal am Meer? Noch niemals einmal. Da klopfen wir beide an die Himmelstür, saufen unseren Tekija. Ich meine, wir sind Abnippel-Experten. Und du warst noch niemals einmal am Meer. Noch niemals einmal. Weißt du denn nicht, wie das ist, wenn du in den Himmel kommst? Im Himmel, da reden die über nichts anderes als über das Meer. Und darüber, wie wunderwunderschön es ist. Sie reden über den Sonnenuntergang, den sie gesehen haben. Sie reden darüber, wie die Sonne blutrot wurde, bevor sie ins Meer eintauchte. Und sie reden darüber, wie sie spüren konnten, wie die Sonne ihre Kraft verlor und die Kühle vom Meer heraufzog und das Feuer nur noch in ihrem Inneren glühte. Und du? Du kannst nicht mitreden. Du warst ja noch nie da gewesen. Du bist so ein abgefuckter Outsider da oben. Und da kann man nichts machen. Ist es sehr weh? Wir wissen, was passiert. Die beiden Blödmänner da hinten sind bei Rot über die Ampel gebrötet. Wir haben mich dabei voll umgemietet. Schwester, tun Sie mir bitte einen Gefallen. Lassen Sie die bloß nicht abhauen. Es gibt wieder Ärger mit der Versicherung. Ich kenne das. Schon klar. Wow. Hören Sie, wir haben es wirklich eilig. Dem Jungen ist doch wirklich nichts passiert. Das entscheidet doch, wo besser mal der Arzt. Scheibe einschlagen. Sollen wir gerne erst ein Kind anfangen, dann abhauen. Hey, lass die Idioten los nicht gehen. Hey, wir haben einen sehr wichtigen Job zu erledigen. So, jetzt alle die Schnauze halten und Hände hoch, Hank. Komm, wir gehen. Was soll denn der Scheiß jetzt? Hast du was gesagt, Mädchen? Hank sagen, wir haben eilig. Abdul sagen, wir gehen. Hast du das verstanden? Hey, seid ihr bescheuert? Lass die Idioten noch nicht abhauen. Na, musst du mal draufhauen. Auf das Zündschloss, ha? Abdul! Sag mal, wie geht dein Bein messer? Geht schon wieder. Schmerzt es weg? Ja, schmerzt es weg. Gut. F*** du. Meiner Wichser. Weg da. Beweck dich nicht, Arschlöcher. Ist die Operation schon vorbei? Ja, du bist im Himmel. Ich bin der Herrgott und da ist Petrus. Assalamu alaikum. Oh, scheiße. Entschuldigen Sie sich mal bitte. Können Sie uns mal sagen, wo hier der Ausgang ist? Da vorne, links. Hast du gesehen? Wir haben die gleiche Auto wie wir. Also, das war also ein bisschen zufrieden. Wir haben die Staaten. Wir haben die Autoresen noch ein paar äußere тайnt. Ja. Und das ist vielleicht, was man dann sieht. Hier ist das. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich meine, wem gehört der? Was weiß ich, wir haben ihn geklaut! Du meinst, ich war am Diebstahl eines Autos beteiligt? Ja, das kann man so sagen. Boah, ihr habt einen totalen Filmriss. Du hast ihn sogar mit ausgesucht. Martin Brest, richtig? Ja, der aus dem Krankenhaus. Sollen wir jetzt mal ganz von vorne anfangen? Wir sind auf dem Weg zum Meer. Du warst noch nie da, also haben wir beschlossen, hinzufahren. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Kannst du da oben nicht mitreden? Ja, ich weiß. Ich will ja auch ans Meer, aber... Ich habe ein bisschen Angst. Soll ich dir was sagen? Du brauchst keine Angst zu haben. Habe ich euch gesagt, keiner verlässt den Scheißwagen. Habe ich euch, Idioten, darauf hingewiesen, dass ihr die Kiste nicht aus den Augen lassen sollt? Habe ich das? Der hast du, Boss. Und warum haltet ihr euch nicht an das, was ich euch sage? Boss, da war dieser Junge... Ich will jetzt keine Scheiße mehr hören. Ich könnte euch beide umlegen. Ich meine, ich hätte das Recht dazu. Aber ich will mein Auto zurück. Also, ihr habt noch eine Chance. Bringt den Wagen zurück und diese beiden Wichser, die ihn geklaut haben, und zwar schnell. Ist das angekommen? Okay. Moin. Morgen. 85,70. Ich weiß. Ich habe aber leider kein Geld dabei. Ach. Mit farbendicken SL, aber keine Knete. Ja. Ja, dann lass mir doch deinen Anzug da. Ja, dann haben wir jetzt, also... Ich will jetzt nicht sagen, ein Problem. Soll ich jetzt Angst haben, oder was? Martin! Mach keinen Quatsch! Ja, prima, endlich kommt hier mal einer mit dem 1A-Vorschlag. Mach dieses... Mach die Pistole weg! Ich will an sowas nicht beteiligt sein. Das ist bewaffneter Raubüberfall, was du hier machst. Oh, oh nein. Was, was, was habe ich gesagt? Hey, vergiss, was ich gesagt habe, okay? Rudi, geh wieder ins Auto. Genau, das werde ich nicht tun. Hey, im Moment, es ist nur bewaffneter... Irgendwas. Ich habe doch noch gar nichts genommen. Aber du hast das vor. Jungs! Gleich. Rudi, wir haben kein Geld. Hast du Geld? Jungs! Moment! Aber das geht nicht. Wieso nicht? Weil es ist gegen das Gesetz. Jungs! Was? Keiner Tipp am Rande. Mir schlaft ihr langsam der Finger schon ein. Vielleicht tut ihr euch vorher überlegen, wie ein Überfall geht. Ey, du gehst mir auf den Sack. Die Pistole hier ist echt. Ja, da glaube ich ja, Herr Jung. Aber was soll mir schon passieren? Wir haben jetzt zwei Minuten vor elf. Und um elf, da kommt mein Freund. Und der ist Polizist. Der kommt immer um elf. Dann kommt er hier rein. Tut kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Trinkt seinen Jägermeister. Und dann geht er wieder. Wenn alles in Ordnung ist. Wo ist denn Klaus? Was für ein Klaus? Jeden Morgen um elf komme ich hier rein. Und da steht Klaus da, wo du jetzt stehst. Ach, Klaus! Der ist krank. Angenommen, du sagst die Wahrheit und er ist krank. Was ist für ein Auto da? Das ist ein 230 SL Babyblau. Babyblau. Na, wem sein er? Sie sind ein harter Borsche. Gut, 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 gut. Den Wagen, den habe ich gestern Abend geklaut. Zusammen mit Rudi. Wer sind Rudi? Rudi Wurlitzer. Wir wollen nämlich unbedingt ans Meer. Und wir haben kein Auto. Und was hätten wir machen sollen? Laufen? Naja, und Klaus ist gar nicht wirklich krank. Ja, vielleicht hier oben. Der wollte nämlich unbedingt meinen Anzug haben. Aber das geht doch nicht. Dann wäre ich ja nackt. Naja, jedenfalls sitzt er jetzt hier unten und hat eine geladene Kanone am Kopf. Dann ist gut. Das ist echt gut. Geht aufs Haus, wie immer. Ne, die kostet 2,50 Mark. Das kannst du vielleicht mit Klaus machen, weil er dein Freund ist, aber bei mir kostet die 2,50 Mark. Das kannst du vielleicht mit Klaus machen. Ja, Tag, meine Herren. Kann ich was für Sie tun? Was kostet dieser Auto? Er ist ein 230er SL. 170 PS. Was die Kiste kostet, hat mein Kollege gefragt. So wie er hier steht, ja? Also, Ledersitzgarnitur, ja? Sonderlackierung, Auto-Stereo-Radio mit CD-Player. Wie viel? Na ja, weil Sie ein Ausländer sind, ne? Und weil Ausländer habe ich schwer in Deutschland, ne? 75.000. Wollen Sie uns verarschen? Das ist ein Gebrauchwagen. Das weiß ich doch selber. Aber es ist ein seltenes Teil. Und seltene Teile, ne? Viel teuer hier. Aber erst Vertrag. Abdul. Hast du weh? Ist egal, hast du wenig? Ja, ich auch. Lass uns die Wichser legen. Umlegen. Umlegen, 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 Auto nehmen. Könnten Sie uns den Wagen bis heute Abend reservieren? Ja, sicher. Das sieht echt stark aus, Rudi. Aber ich finde, du solltest den Roten nochmal anprobieren. Ja. Ich werde den Roten nochmal anziehen. Aber ich denke, ich nehme den hier. Wenn du vorhast, den Laden hier auch zu überfallen, dann bin ich hier weg. Klar? Ja, klar. Darf man hier eigentlich auch rauchen? Ja, klar. Ähm, was kostet uns hier eigentlich schon der ganze Spaß? Also deine Kombination kostet schon alleine 2.300. 2.300? Ach, also da muss ich erstmal ein bisschen Geld holen. Aber hier, das wären erstmal ungefähr 3.000. Erstmal. Äh, Rudi? Martin? Das sind die tollsten Klamotten, die ich jemals anhatte. Die paar Mark? Das ist doch eine Erdölgesellschaft. Merken die doch gar nicht. Eben. Ich gehe jetzt gerade nochmal ein bisschen Geld holen, okay? Okay. Tut mir leid, wir haben jetzt Mittagspause. Mittagspause fällt heute aus. Sie müssen schon was sagen, sonst passiert hier gar nichts. Okay. Ihr habt drei Sekunden. Entweder einer sagt mir, was ich will, oder... Also das hier ist keine Wasserpistole. Sie wollen das ganze Geld. Bingo! 100 Mark sind für dich, den Rest packst du in die Tüte. Los, zack, zack. Entschuldige. Ich weiß, das ist jetzt eine dumme Frage, aber weißt du, es kommt nicht so oft vor, dass meine Kunden hier in den Schlafanzug reinkommen. Und dann auch ohne Schuhe. Hallo! Mein Name ist Martin Brest und wie ihr unschwer sehen könnt, überfalle ich gerade eure blöde Bank. Ich habe mir nämlich eben gerade diesen schönen Anzug ausgesucht. Ich kann ihn aber leider nicht bezahlen. Sie können sich das Gequatsche sparen, die nehmen eh nur das Bild auf. Hey Hank, guck mal der Typ da. Was ist denn mit dem? Das ist ein geiler Anzug, den er anträgt. Komm. Ich nehme den schwarzen. Hier, das müsste reichen. Komm, Rudi. Was? Der Rest ist für Sie. Ich denke, wir können die Hände jetzt runternehmen. Hände hoch, überfall. Was guckst du, du scheiße Arschlöcher? Gib mir die ganze Geld oder du bist tot. Da kommen sie ungefähr eine Minute zu spät. Ich denke, wir können die Hände hoch, überfalle ich mich. Ich finde, das sieht total affig aus, das rote Ding. Jetzt quatsch nicht rum. Rot ist deine Farbe. Was ist in der Tüte? Komm jetzt. Sag mir, was in der Tüte ist oder ich bleibe hier stehen. Für immer. Das ist der Tüte. Und wenn Sie. Das ist der Tüte. Das ist der Tüte. Wir sehen. Das ist der Tüte. Was für ein Scheiß. 60, 70, 75. 75.000. Und ich laufe in diesem dämlichen roten Ding rum. Wir kaufen dir einen neuen. Was? Wir kaufen dir einen neuen. Oder zwei. Trinidad. Feuerland. Bora Bora. Hau bei. Irgend so ein Ding, wo wir noch nicht mal einen Namen von aussprechen können. Ich will eigentlich nur ans Meer. Ich will eigentlich nur ans Meer. Glaubst du wirklich, wir werden auf einer Wolke sitzen? Und uns über das Meer unterhalten? Das glaube ich ganz fest. Das kommt gerade aus Wiesbaden rein. Und? Nichts. Dieser Martin Brecht ist ein Schneewittchen. Ach, Sie meinen, äh... Nein, der hat eine weiße Weste. Wieso dreht den Herrn plötzlich durch? Ich meine jemand, der noch nichts verbrochen hat. Nicht mal Punkte in Flensburg und dann Banküberfall, Tankstelle. Ähm... Das ist mit diesem Wagen, diesem, äh, Mercedes... Pagode. Nichts. Nichts. Und jetzt raten Sie mal, warum. Geben Sie einfach eine Fahndung raus, Keller. Einfach eine Fahndung machen. Alles klar, Chef. Äh... Und Keller? Ja? Nichts. Eine Million! Und du, ich würde da fährst ne Bank. Eine Million! Das ist... Das ist ne Glückskarre! Und jetzt? Ja? 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 Wenn Sie noch was brauchen sollten, rufen Sie mich. Aha. Was? Na schön. Danke, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt. Da schön! Wo wollen wir denn hin? Ich kündige! Haben Sie was zu melden, außer dass Sie die ganze Bude auf den Kopf gestellt haben? Klar, Chef. Fragen Sie mal, was ich hier gefunden habe. Das ist ne Einladung zum Check-up im Klinikum. In ner halben Stunde. Das schaffen wir. Della, das war gestern. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Ja? Zehn Minuten? Ah, ja. Okay, danke. Ach, und ein französisches Wörterbuch, bitte. Ja, klar, Boss. Ja, Frank. Die Bullen suchen den Wagen auch, ja? Wir hören den Bullenfunk ab. Du kannst dich auf uns verlassen, Frank. 120 Prozent. Ja? Ja, Frank. Wenn du schon lächelst, warum kannst du nicht stehen bleiben? Wenn du schon lächelst, warum kannst du nicht stehen bleiben? Bleib vor mir. 120 Prozent. Ja, nur tot. Klar. Kannst du flaschen? Und was hat Franky gesagt? Franky sagt, wenn ihr beiden Vollidioten den Wagen nicht vor den Bullen finden, passiert was. Ja. Aber was soll passieren? Franky ist hart. Machst du Witze oder was? Ich hab gehört, Franky soll jemandem die Eier abgebissen haben, der ihm mal Geld geschuldet hat. Und runtergeschluckt. Ah, das ist lecker. Jetzt sag schon, was war's denn? Stierhoden. Du meinst, wir haben die Eier von dem Stier gegessen? Sieht so aus. Jetzt hoff ich nur, das Eis war Eis. Mhm. Mhm. Wie viele hast du denn schon? Acht. Acht? Ja, wie viel hast du denn? 20. Ja, das ist ganz ehrlich. Dir ist schon klar, dass der Arzt gesagt hat, du hast nur noch ein paar Tage. Ja. Vielleicht sagt mal jeder nur einen Wunsch nehmen, den wichtigsten. Ach, das ist schwer. Kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Okay. Wir machen das so. Ich sag eine Nummer von deinem Blatt und du sagst eine von meinem. Gut. Wer fängt an? Du. Also, du hattest 20. Dann nehme ich die Nummer... 1. Ich nehme die Nummer 1. Die 1. Bingo. Das ist der Cadillac für meine Mutter. Cadillac für deine Mutter? Ja. Ein Cadillac Fleetwood. So einer, wie Elvis deiner Mutter geschenkt hat. Meine Mutter ist der größte Elvis-Fan auf der Welt. Als kleiner Junge, da saß ich vom Fernseher. zusammen mit meiner Mutter. Und wir haben das im Fernsehen gesehen. Meine Mutter saß da und hat geweint. Naja, und seitdem... war es immer mein größter Wunsch, ihr auch irgendwann mal einen Caddy zu schenken. Aber ich habe ja nie das Cad gehabt. Das ist... Das ist ein guter Wunsch. Gefällt mir. Okay, du bist dran. Sag ihnen deine Zahl. Äh... Du hattest 8. Dann nehme ich die 7. Nein, ich nehme die 1. Ich nehme auch die 1. Können wir nicht was anderes nehmen? Das ist dein Wunsch? Dein Nummer 1 Wunsch? Ja, okay. Es ist nicht so gut wie der Cadillac für deine Mutter, aber... Mit zwei Frauen ficken. Mit ihnen schlafen? Ficken. Was du willst, ist ficken. So sagt man das in deiner Sprache. So sagt man das in jeder Sprache. Schlafen. Schlafen ist... Die Augen zumachen und umdrehen. Was du willst, ist ficken. Hey. Du gehst. Der Kerr. Ich bin der Kerr. Ah. Ich bin der Kerr. Erste, wir sind der Kerr. Okay, Sie müssen beschädigen, los. Hey, komm, Martin! Hey, hey! Aufwachen! Was ist denn los? Die Polizei! Waffen weg oder... oder ich schieß die Geiseln tot. Ausziehen. Was ist? Haben Sie die Banditen jetzt? Bin ich Batman? Sind Sie der Manager? Ja. Sie müssen jetzt sehr stark sein. Die wollen das ganze Hotel in die Luft jagen. 30 Kilo TNT. Wir holen schon mal das Bombenkommando. Schicke Gurke, was? Wie bitte? Das Auto, geil, he? Das ist unser Auto. Euer Auto. Ja, der ist uns geklaut worden, Herr Wachtmuster. Schlimme Sache. Ja, sowas kommt vor. Kommt vor, kommt vor. Die zwei Wichsdiebe, die sind in ein Hotel reingeläuft, anscheinlich. Wahrscheinlich. Ist das euer Wagen. Hier ist der Schlüssel. Und lasst ihn nie wieder auf der Sonnenblende legen, sowas geht meistens ins Auge. Schießt du? Ich komm gleich, Jungs. Was waren nette Bullenschweine? Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ja, gute Arbeit, Jungs. Wo ist der Koffer? Was denn für ein Koffer, Fränki? Hör mit der Fränki Scheiße auf. Der Koffer mit meinem Geld ist weg. Also wissen wir nichts von irgendeinem Koffer, Fränki. Das ist mir klar, ihr verdammten Blödwichser. Da war ein Koffer mit einer Million, die ich Curtis schulde. Und jetzt schuldet ihr sie mir. Aber Fränki, woher sollen wir eine Million nehmen? Was weiß ich? Geht zur Bank, spielt Lotto, fragt eure Mütter. Fränki, die waren diese Bullenschweine. Die haben die Geld geklaut. Die sind alle berupt. Korrupt. Ich weiß, ich weiß. Darf es was nicht in Ordnung? Für euch ein Fahrzeugpapier, bitte. Zulassung. Führerschein. Der Wagen ist ja noch fast neu. Kein Jahr alt. Wie viele Kilometer? Keine 30.000. Waren Sie eigentlich beim Bund? Vier Jahre. Ja oder nein? Jawohl. Manchmal Probleme mit der Kühlung? Ja. Das Auto. Ach so. Ne, alles in Ordnung. Ich glaube, hier ist auch alles in Ordnung. Ich glaube, er ist prädestiniert für die Mission. Was denn für eine Mission? Steigen Sie mal aus. Kommen Sie. Es geht um einen Spezialauftrag. Wir haben Sie ausgesucht, weil wir der Meinung sind, dass Sie geradezu prädestiniert für diese Mission sind. Mission? Kann man da ein paar Mark betreffen? Sie tun es für die Regierung. Jawohl. Herr Schneider! Hallo! Herr Schneider! Kommissar Schneider! Ja, also Herr Kommissar Schneider, ich wollte Ihnen nur sagen, dieser Brest, der hat jetzt ein Polizeiauto geklaut. Können Sie damit nicht warten, bis ich wieder im Büro bin? Ja, da ist ja noch was anderes. Was ist es, oder soll ich raten? Ja, kommen Sie nie drauf. Keller! Also dieser andere, dieser Wurlitzer, das ist seine Geisel. Geisel? Ja, der hat ihn mit der Wumme bedroht, der wollte den umbringen. So, so. Ja? Wie sind Sie eigentlich zur Polizei gekommen? Mit dem Bus? Vollmacht. Die Pesche. Alle Möglichkeiten eingeschlossen. Können Sie nicht viel weiter gekommen sein, als bis hier. Ja. Gut, Keller. Mitgedacht hat was gebracht. Wollen Sie sich auch ein paar Punkte verdienen? Sicher, Chef. Laten Sie da eine Ringfahndung ein. Keller, Sie besorgen uns ein Hubi. Wir fliegen da hin. Heli. Bitte? Die offizielle Abkürzung für Hubschrauber ist Heli. Ist mir scheißegal, wie das Ding heißt. Hauptsache es fliegt. Weg. 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 Legen Sie die Hände hinter den Kopf und drehen Sie vom Wagen zurück. Was? Die Hände. Die Hände hinter den Kopf. Ich bin Polizeibeamter. Ich auch. Kommen Sie her. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe ein kleines Problem mit der Kühlung. Ich habe das Wasser aufgefüllt, aber der Motor ist total überätzt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos. Kann ich mal einen Dienstausweis sehen? So hören Sie mal gut zu. Ich bin Sonderbeauftragter des Innenministeriums. Ich bringe eine Depesche ins Kanzleramt. Es wäre also für alle Beteiligten am besten, sie ließen mich ihren Hubschrauber benutzen. Und zwar rasch! Kann ich die Vollmacht mal sehen? Also, früher habe ich immer gedacht, Polizei, Autos fahren immer. Da muss man nichts dran machen und so. Als wie Ufos. Gehen die kaputt. Alles klar. Kollege. Alles klar. Können wir uns im Hubschrauber mitfliegen. Seid gut. Ach so. Das ist doch böse Volker! Das ist doch böse Volker! Können wir uns im Hubschrauber! Das ist doch, wenn ich nicht so. Abschrauber. Das ist doch böse Volker. Ich habe das Beste-Rihon verwege. Das ist doch, wenn du so Beste-Rihon verwege! Das ist doch so. Ich habe es klang hier. Haben Sie das da? Entschuldigen Sie bitte. Sie bekommen selber nur ein Rezept. Jetzt reden Sie keinen Quatsch, Mensch! Was geht um Leben und Tod? Also, ich bezahle Ihnen jede Summe, die Sie wollen. Ich kann nicht. Das ist ein sehr starkes Durchgutungsfördernis mit Ihnen. Das ist ein sehr starkes Durchgutungsgeräusch. 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 Sie haben hier in diesem türkischen Imbiss geflüchtet. Wieso erfahre ich das aus dem Fernsehen? Der offenbar geistesgestörte Martin Brest hatte seine Geisel, Rudi Wurlitzer, in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Klinikum entführt. Die hätte gar keine Titten. Scharfschützen. Die haben bestimmt Scharfschützen auf den Dächern oder so. Wenn da Scharfschützen wären, würdest du da schon lange nicht mehr stehen. Ich bin halt die Geisel. Die schießen da nicht die Geisel tot. Das ist alles schon vorgekommen. Hallo? Das Helsinki-Syndrom beschreibt einen Umschwung im Verhältnis der Geisel zum Geiselnehmer. Sozusagen eine radikale, unbewusste Veränderung ihrer Überlebensstrategie. Schauen Sie, die Geisel ist doch am Anfang in Panik. Aber dann, plötzlich, sucht sie das Vertrauen und sogar die Freundschaft des Geiselnehmers. Aber der verfolgt natürlich mit derselben Brutalität weiter sein Ziel. Was denn für ein Ziel? Das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Herr Schneider, psychologische Begutachtung. Die überlassen Sie doch besser mir. Begutachten Sie doch, was Sie wollen. Aber diese zwei Kandidaten sind gerade dabei, uns tierisch zu verarschen. Ist okay, brauchst du nichts zu sagen. Schau mal, mit so viel Geld kann ich nichts wechseln. Ist doch keine Bank hier. Stimmt so. Daumen, komm raus. Wir haben das dann auch schon wieder. Tut mir leid, ich brauch leider die Auto. Los, geh ran. Steig ein, Wurstgesicht. Sag nie wieder Wurstgesicht zu mir. Andere Seite. Ich bin ja ran. Ist doch Wendel. Ist doch Wendel. Bei Verlachen. Ich finde, hat Brest eine Frau bedroht und ihrem roten Capri in seine Gewalt gebracht. Brest, der zu allem entschlossen scheint, hatte am Vortag eine Bank überfallen und dabei ca. 80.000 Mark erbeutet. Nicht zu vergessen meine Millionen. Wir wissen nicht, was er mit Wurlitzer gemacht hat oder was er noch tun wird. Wir hoffen nur, dass es der Geisel gut geht. Wir melden uns sofort zurück, sobald es neue Entwicklungen gibt. Kelia Sato für TVL 2. Korrupte Bullen. Ja. Scheiße! Der Typ hatte meinen Koffer in der Hand. Nehmt Carlos und die Rodriguez-Brüder und holt mein Geld zurück. Schiff, die haben jetzt einen Wagen geklaut und fahren damit in Richtung holländische Grenze. Gut. Sagen Sie denen da unten, sie sollen sie verfolgen und beobachten. Aber unauffällig. Zappa, sind die eigentlich blöd? Haben die keine Angst, dass du mich erschießen könntest? Ach. Dann füger schon, bis sie los. Dann füger schon, bis sie los. Dann füger sie an. Zwei Scheiße, scheint ein vänchen zu Parece. Dann füger nicht. Dann füger nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Entschuldigung, meine Herren. Was kann ich für Sie tun? Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Äh, nö. Wir wollten einen Cadillac kaufen. Aha, Cadillac. Ja, und zwar genau so einen, wie Elvis seiner Mutter geschenkt hat. Elvis. Alles klar. Ah, ja. Sacken, sacken. Tempel, Cornelia Elisabeth. Zehntausend. Ja, ja. Und die Straße? Hab ich doch gesagt. Hühnerbeinstraße. Ha, das ist ja ein blöder Name für eine Straße. Okay, wirf die erstmal alle ein. Ha, wie bist du denn unterwegs? Ein Cadillac für deine Mutter, zwei Frauen für mich. Ich muss sie ja wenigstens zum Essen einladen. Ha, so. Hey, der Kette. Hallo, Mama. Martin? Mein Kind. Was hast du denn da gemacht, Strock? Hm? Sag mal, wo warst denn du so lange? Guck mal, guck mal, was ich dir mitgebracht hab. Wunderschön. Wunderschön. Ich hab ja überhaupt keinen Führerschein. Ja? Und du bist ja auch nicht älter, Strock. J-Haus-Rack. Komm, Brest, das Spiel ist aus. Lass die Waffe fallen. Geh ins Haus, Mama. Was ist, was ist, Strock? Mama! Lass die Waffe fallen, Brest. Oder ich puste dich weg. Martin, tu, was er sagt. Ich kann das nicht tun, Rudi. Du sollst die Waffe fallen lassen. Das Meer ist jetzt nicht so wichtig. Ich werd's schon noch sehen. Ja, du, aber ich nicht mehr. Gut so, Brest. Martin! Du Liebner. Erzählt mir einfach mehr und war selber noch nie da. Nehmt den Penner fest. Was? Junge. Mensch, der Mann stirbt. Der ist schwer krank. Holen Sie einen Rettungsschwagen oder Sie können ihn im Himmel verhaften. Ich werd mitfahren. Was denn, was denn? Sie fahren mit? Nach allem, was der Penner Ihnen angetan hat? Ich kenne den Arzt. Ich kenne das Krankenhaus. Er ist mein Freund und ich werde auf ihn aufpassen. Helsinki-Syndrom. Komm mit. Ich kenne den Arzt. 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 Das ist ein Pufflitzschwatz. Äh, was? Ein Puff. Oh, yeah, I will survive, yeah, survive, I will survive, yeah, survive, I will survive. What is this with you? Hey, this is your wish, Rudy. Can I have two? You can get all of them, if you have enough money. Come on. Seid ihr schon fertig? Dann nehmt euch jetzt die Klos vor. Na, ich glaube, ich spritzen wir heute keine Klummelwurst. Das glaubst du nicht. Und warum glaubst du das nicht, Abdul? Sie sind hier. Hat's dir nicht gefallen, Rudy? Doch, doch. Aber du guckst so traurig. Ach. Ich hab so viele Dinge in meinem Leben nicht gemacht. So viele Sachen nicht gesagt. Wisst ihr? Ja. Das war wahrscheinlich der geilste Fick meines Lebens. Und deine letzte. Ich hab so viele Fickse. Gut. Jetzt, wo wir alle so schön beisammen sind. Wo ist mein Geld? Was denn für ein Geld? Hä? Versuch nicht, mich zu verraschen da. Sag mir, wo mein Geld ist. Und ich schenke euch das Leben. Ja. ... ... ... Was ist so komisch? Eigentlich gar nichts. Ach so. Wo waren wir denn stehen geblieben? Oh ja. Das Geld. Ja, das haben wir verschickt an irgendwelche Leute. Es ist nichts mehr von da. Warum machst du es mir so schwer? Jetzt muss ich dich leider umpusten. Dann mach doch. Ich gerade Seewald habe, ich habe einen Gehirntumor. Das ist mir so scheißegal. Dann, weil ich dich habe. Ich will Sie ja nicht wütend machen, aber ich habe Knochenkrebs. Spätes Stadion. Mir ist das auch egal. Schnauze! Ich knurre dich jetzt ab. Das ist mir nicht wütend. Hi, boss. Is there anything you want to tell me? These are the guys that stole your money. Really? I thought it was you. But, uh... But these are the guys from the television. It's true. Let's have some privacy. So, do you have my money? I was just kidding. I know who you are. I saw you on the news. I know what your problem is. So, did you make any plans? Yeah. We wanted to go to the ocean. We've never been there. You've never been to the ocean. Then you better run. You're running out of time. In heaven, that's all they talk about. The ocean. And the sunset. How fucking wonderful it is to watch that big ball of fire melt into the ocean. And the only light that is left, like a candle, is on the inside. Then you get your bed in the ocean. Take it. There we go all the way out. Well, we're over here now. Kannst du das Salz schmecken? Rudi? Ich muss dir was sagen. Ich weiß. Aber soll ich dir was sagen? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich will was sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020